Aber es funktioniert nicht. Ich bin nur so klein in diesem Twitch hier. Ich kann offline gehen. Einmal Aus und Jan machen nochmal. Bist du jetzt wieder in meinem Browser oder hast du es runtergeladen? Ich habe es runtergeladen. Okay, wie letztens sonst das Problem da wo war wusste mir auch nicht bescheuert. Nee, nee. Oh nee, nicht das. Nein! Ich glaube irgendwas habe ich hier. So. Irgendwas habe ich hier falsch verschoben. Sehe ich gerade. Ich müsste ja eine verkommene Grippe fürsten. Oh. Oh. My fault. Shit. Ja, okay. Also Steam kann sich nicht mit dem Steam jetzt mehr verbinden. Hm. Oh mein Fehler hier. Scheiße. Egal. Ich halte den Offline-Modus. Ich halte den Offline-Modus. Ich halte die den Offline-Modus. Ich halte den Offline-Modus. Ich halte die Das war's für heute. Wow, das geht ja schnell. Mein Mann Faktor hat sich nach drei Schritten entwickelt. Ich habe einen Fehler gemacht, wow. Was ist das? Ah no. Hm? Hm? Ja. Ja. Ich kann nicht in steam, warum kannst du das? Hä? Was ist das? Nein, wir können nicht. Also ich bin in Steam Online. Ich weiß nicht, was das Problem liegt. Okay, vielleicht... Ich sag mal so. Steam Comp 2 einmal verbindet sich nicht mit dem Netzwerk. Ah, wahrscheinlich wegen dem Wintersail sind die Server jetzt down gegangen. Hm. Ich sag mal, was ist das? Vielleicht ist das ein Netzwerk aus dem Netzwerk. Das Netzwerk ist. Can't connect to network. Cause of Wintersail troubles. Ich sage mal so. Wie ist das? Wie ist das? Was denn? Arsch, das geht ab. Langsam, du, auf不能 dringend. Ich sage mal, die Zwerge der Kastell. Und hier ging es nicht gut Ich gehe zurück und restart die Wifi, ok Oh Mann, oh Mann Oh Gott, verdammt, so viel Spide, verdammt, verdammt, verdammt Ich mag das nicht Ok, gehen wir Oh Mann, oh Mann Ok, gehen wir Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Dammit. Das war's für heute. 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 Hans. Hans. Das war's für heute.